Unsere Arbeitswelt verändert sich. Immer wieder hört und liest man Schlagzeilen wie Digitalisierung verändert unsere Arbeitsplätze, Fachkräftemangel im Mittelstand angekommen, Frauenquote in Aufsichtsräten beschlossen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird immer wichtiger. Integration von ausländischem Fachpersonal, Zuwanderern und Flüchtlingen ist eine Chance für unsere Wirtschaft. Der Wandel unserer Arbeitswelt trifft vor allem kleine und mittelständische Unternehmen, die im Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte stehen. Sich den stetigen Veränderungen zu stellen, sachkundiges Personal zu sichern, zum Beispiel durch Weiterqualifizierungen und neue Fachkräfte zu gewinnen, sind nur zwei große Herausforderungen. Die eigene Arbeitgeberattraktivität zu stärken, spielt dabei ebenfalls eine entscheidende Rolle. Doch wie setzt man das um? Wie gewinne ich als Unternehmer engagierte Nachwuchs- und Fachkräfte und welche Maßnahmen sind dabei zielführend? Was ist, wenn ich qualifiziertes Personal aus dem Ausland suche und wie integriere ich diese bestmöglich in meinen Betrieb? Mit welchen Strategien reagiere ich auf personelle Herausforderungen, um auch in Zukunft konkurrenzfähig zu bleiben? Viele Fragen, auf die Ihre IHK Antworten hat und sie gerne unterstützt. Durch unsere regionale Organisation können wir unseren Mitgliedern speziell ausgerichtete Informations- und Dienstleistungsangebote anbieten. Alles rund um das Thema Fachkräftesicherung. Dazu gehören auch lokale Projekte und Vorträge sowie Zertifikats- und Aufstiegsfortbildungslehrgänge für Fachkräfte unterschiedlichster Branchen. Von unserer persönlichen Unterstützung und dem breit gefächerten Weiterbildungsangebot profitieren damit nicht nur Unternehmer, sondern auch Schüler, Azubis, Studierende oder ausländische Fach- und Führungskräfte. Nutzen Sie die Unterstützung Ihrer IHK. Denn mit der IHK sind Sie in Zukunft für den Wandel in unserer Arbeitswelt gewappnet.